Kinder, wollt ihr eine Busfahrt machen? Ja! Die Räder im Bus gehen rundherum, rundherum, rundherum. Die Räder im Bus gehen rundherum durch die ganze Stadt. Die Räder im Bus gehen rundherum durch die ganze Stadt. Die Mami im Bus macht. Die Mami im Bus macht. durch die ganze Stadt. Der Papa im Bus sagt, fahr zurück, fahr zurück, fahr zurück. Der Papa im Bus sagt, fahr zurück durch die ganze Stadt. Alle im Bus gehen rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter. Alle im Bus gehen rauf und runter durch die ganze Stadt. Ich esse gern Bananen und manchmal frag ich mich, ob Bananen uns auch essen, wenn sie hungrig sind. Ich esse gern Bananen und manchmal frag ich mich, ob Bananen uns auch essen, wenn sie hungrig sind. Wie kommst du denn darauf? Bananen essen dich doch nicht, denn du bist putzig und so süß und stehst nicht auf ihrem Speiseplan. Wie kommst du denn darauf? Bananen essen dich doch nicht, denn du bist putzig und so süß und stehst nicht auf ihrem Speiseplan. Ich esse gerne Erdbeeren und manchmal frag ich mich, ob Erdbeeren uns auch essen, wenn sie hungrig sind. Ich esse gerne Erdbeeren und manchmal frag ich mich, ob Erdbeeren uns auch essen, wenn sie hungrig sind. Wie kommst du denn darauf? Erdbeeren essen dich doch nicht, denn du bist putzig und so süß und stehst nicht auf ihrem Speiseplan. Wie kommst du denn darauf? Erdbeeren essen dich doch nicht, denn du bist putzig und so süß und stehst nicht auf ihrem Speiseplan. Ich esse gerne Ananas und manchmal frag ich mich, ob Ananas uns auch ist, wenn sie hungrig ist. Ich esse gerne Ananas und manchmal frag ich mich, ob Ananas uns auch ist, wenn sie hungrig ist. Wie kommst du denn darauf? Erdbeeren essen dich doch nicht, denn du bist putzig und so süß und stehst nicht auf ihrem Speiseplan. Wie kommst du denn darauf? Erdbeeren essen dich doch nicht, denn du bist putzig und so süß und stehst nicht auf ihrem Speiseplan. Wie kommst du denn auf dem? Also, wie kommst du denn auf dem? Käfer, 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 grausige Käfer, oben an der Decke und unterm Teppich auch. Ich macht so impress! Ha! Hatschu, Hatschu, Hatschu! Käfer, 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 grausige Käfer, oben an der Decke und unterm Teppich auch. Käfer, 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 grausige Käfer, oben an der Decke und unterm Teppich auch. Durch sie mach ich Hatschu, Hatschu, Tag und Nacht, Hatschu, Hatschu, vor ihnen hab ich Angst, Hatschu, 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 durch sie mach ich Hatschu, Hatschu, Tag und Nacht, Hatschu, Hatschu, vor ihnen hab ich Angst, Hatschu, 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 Hatschu. Käfer, 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 grausige Käfer, oben an der Decke und unterm Teppich auch. Käfer, 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 grausige Käfer, oben an der Decke und unterm Teppich auch. Durch sie mach ich Hatschu, Hatschu, Tag und Nacht, Hatschu, Hatschu, vor ihnen hab ich Angst, Hatschu, 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 durch sie mach ich Hatschu, Hatschu, Tag und Nacht, Hatschu, Hatschu, vor ihnen hab ich Angst, Hatschu, Hatschu, Hatschu. Papa Finger, Papa Finger, spiel mit mir Wird gemacht, wird gemacht, ich danke dir Papa Finger, Papa Finger, spiel mit mir Wird gemacht, wird gemacht, ich danke dir Mama Finger, Mama Finger, ich habe Hunger Isst paar Früchte, isst paar Früchte, danke Mama Mama Finger, Mama Finger, ich habe Hunger Isst paar Früchte, isst paar Früchte, danke Mama Bruderfinger, Bruderfinger, nimm mich mit. Los, steig auf, los, steig auf. Oh, vielen Dank. Bruderfinger, Bruderfinger, nimm mich mit. Los, steig auf, los, steig auf. Oh, vielen Dank. Schwesterfinger, Schwesterfinger, darf ich auch malen? Klar darfst du, klar darfst du, Schwester, vielen Dank. Schwesterfinger, Schwesterfinger, darf ich auch malen? Klar darfst du, klar darfst du, Schwester, vielen Dank. Fingerbaby, Fingerbaby, was hast du gemacht? Ich hatte Spaß den ganzen Tag, wir lieben dich. Fingerbaby, Fingerbaby, was hast du gemacht? Ich hatte Spaß den ganzen Tag, wir lieben dich. Miss Polly hat ein Pöppchen, das war krank, krank, krank. Also rief sie nach dem Doktor, um schnell zu sein. Der Doktor kam mit seiner Tasche und dem Hut und er klopfte an die Tür mit einem Ratatatatat. Er sah nach dem Pöppchen und er schüttete den Kopf und er sagte, Miss Polly leg sie sofort ins Bett. Er schrieb ein Rezept für eine Pille, Pille, Pille. Ich werd am Morgen da sein mit dir, Rechnung, Rechnung, Rechnung. Meine arme Polly, dir ist so krank. Mach dir keine Sorgen, alles wird wieder gut. Miss Polly hat ein Pöppchen, das war krank, krank, krank. Also rief sie nach dem Doktor, um schnell zu sein. Der Doktor kam mit seiner Tasche und dem Hut und er klopfte an die Tür mit einem Ratatatatat. Er sah nach dem Pöppchen und er schüttete den Kopf und er sagte, Miss Polly leg sie sofort ins Bett. Er schrieb ein Rezept für eine Pille, Pille, Pille. Ich werd am Morgen da sein mit dir, Rechnung, Rechnung, Rechnung. Hast du einen Keks? Nein. Hast du einen Burger? Nein. Hast du eine Pizza? Nein. Hast du einen Shake? Nein, 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 nein. Mami, 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 sieh, mein Magen ist ganz leer, das ist nicht zu ertragen. Mami, 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 sieh, mein Magen ist ganz leer, das ist nicht zu ertragen. Hast du einen? Nein. 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 Hast du einen? Nein, 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 nein. Hast du einen Kuchen? Nein. Nimm etwas Milch und einen Löffel Zucker. Tu es in den Mixer und nein, nein, nein. Nimm eine Scheibe Brot, Marmelade drauf, eine Schicht Käse. Nein, 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 nein. Mami, 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 sieh mein Magen, ist ganz leer, das ist nie zu ertragen. Mami, 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 sieh mein Magen, ist ganz leer, das ist nie zu ertragen. Hast du ein? Nein. Hast du ein? Nein. Nein. Hast du ein? Nein. Hast du ein? Nein. Hast du ein? Nein. Hast du ein? Nein, 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 nein. Mam, 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 Magen, 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 leer, 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 jam, jam, jam. Du hast mich aufgeweckt, unter die Dusche gesteckt, mich in die Schule geschickt, Stunde um Stunde. Mich zum Schulbus gebracht, nie gab es einen Streik, die Lektion hab ich gelernt, mein Zimmer ist blitzt. Blank, Hausaufgaben sind gemacht, hab das ABC geschrieben, alle Sachen sind verpackt, so wie du gesagt hast. Mami, 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 sieh mein Magen, ist ganz leer, das ist nie zu ertragen. Mami, 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 sieh mein Magen, ist ganz leer, das ist nie zu ertragen. Hast du ein? Nein. 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 Hast du Spinat? Was, wenn die Mikrowelle Hunger hat, wird sie unser Essen essen? Was, wenn der Kühlschrank Durst hat, wird er die Milchlehr trinken? Was, wenn der Kleiderschrank zierig ist, wird er unsere Kleidung tragen? Was, wenn die Kartoffel leer ist, wird sie unser Spielzeug pumpen? Ach, deine Kinder, erzählt keine Märchen. Schränke essen, keine Kleider, da komme, was volle. Mikrowellen und Kühlschränke verschlingen nicht das Essen. Lache, kleines Baby, alles wird gut. Was, wenn der Fernseher Hunger hat, wird er alle Sendungen essen? Was, wenn das Telefon Durst hat, wird sie Anrufe verschlucken? Was, wenn das All zu fahren wird, wird es dann alleine fahren? Was, wenn der Tisch alles wegschmarrt, wird er das Telefon essen? Ach, deine Kinder, er trägt keine Märchen. Der Fernseher ist keine Sendungen, komme, was wolle. Telefone und Tische verschlingen nicht das Essen. Also, lauf, kleines Baby, alles wird gut. Was, wenn die Mikrowelle Hunger hat, wird sie unser Essen essen? Was, wenn der Kühe Schrank Durst hat, wird er die Milch leer trinken? Was, wenn der Kleiderschrank tierig ist, wird er unsere Kleidung tragen? Was, wenn die Garderobe leer ist, wird sie unser Spielzeug pampfen? Ach, deine Kinder, er zählt keine Märchen. Schränke essen, keine Kleider, komme, was wolle. Mikrowellen und Kühlschränke verschlingen nicht das Essen. Also, lauf, kleines Baby, alles wird gut. Scheß, äh, Untertitelung. BR 2018